Thomas arbeitet in einem großen Labor. Täglich kommen tausende Proberöhrchen, Formulare und digitale Aufträge unterschiedlicher Anbieter. Die Zuordnung der Probenröhrchen zu den Aufträgen liegt in seiner Verantwortung. Das kostet oft viel Zeit, da Aufträge und Röhrchen gemischt ankommen und Thomas und seine Mitarbeiter diese manuell auf Plausibilität prüfen müssen. Fehlt die Probe zu einem Auftrag, geht die zeitaufwendige Suche erst richtig los. Um Qualität zu bieten, wird das Material aus jedem Auftrag händisch notiert. Thomas wünscht sich oft weitere gut ausgebildete Mitarbeiter, um schneller zu sein. Denn die anderen Abteilungen können mit ihrer Arbeit erst starten, wenn er fertig ist. Michael ist verantwortlicher für den Probeneingang in einem anderen Labor. Er kennt dieses Problem nicht mehr, denn er hat seinen Probeneingang mit dem Order-Management von Mediaform optimiert. Michael erklärt Thomas die Vorteile dieses Systems. Versandbeutel werden geleert, Röhrchen in einen Probensortierer gegeben und Papieraufträge gescannt. Gefrorene Materialien oder Stuhl und Urin werden per Touchscreen und Barcode-Scanner erfasst und direkt an das Labor weitergegeben. Parallel laufen elektronische Laborauftrags- und Materialdaten sowie gescannte Daten im Mediaform-Scan-Tools-System zusammen. Stimmen die Daten aus Auftrag und Material überein, werden sie automatisch an das Laborsystem gesendet. Fehlt Material oder ist ein Auftrag unklar, werden die Daten in der Korrektur von Mediaform angezeigt. Michael kann dann ein Alternativmaterial wählen, einen Teilauftrag senden oder den Einsender kontaktieren. Und bei Rückfragen vom Einsender kann Michael jetzt endlich genau Auskunft über den Auftrag und das Material geben. Thomas ist vom Order-Management begeistert. Auch seine Arbeit wird jetzt von Mediaform unterstützt. Im Labor sind für eine gute Qualität nun deutlich weniger Mitarbeiter notwendig. Der Eingang wird beschleunigt, manuelle Fehler minimiert und die Qualität verbessert. Es ist so einfach, gute Laborarbeit zu leisten. Mit dem Order-Management von Mediaform.